Bei der Zauberei geht es nicht um Tricks. Es ist die Kunst, ein Mysterium zu schaffen und dieses dann möglichst unterhaltsam zu präsentieren. Lasst euch verzaubern von Wolfgang Moser! Wolfgang Moser! Wolfgang Moser! Und der beste Magier der Welt ist Wolfgang Moser! Wenn einem das gelingt, bleibt dieser einzigartige Moment für viele Jahre im Gedächtnis der Zuschauer. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als das zu tun, von dem andere sagen, es wäre unmöglich. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren Wasser! Bundesk��도 Bundesk��도 balls ist ワcht Laukeln Will Wolfgang Moser hat wirklich die unglaublichsten Tricks drauf. Und vor allem zaubert er mit einer Leichtigkeit, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist ja voll... Wie hast du das? Ich steh daneben, das gibt es doch gar nicht.